So, jetzt dann aber richtig, ich habe mir nochmal eine kleine Hilfe gegönnt. Ich habe mir angeschaut, wo wir denn Nahrung herkriegen. Da ist dabei rausgekommen, dass wir halt Nahrung besonders am Anfang nur durch Kisten kriegen. Ich habe mir sonst keine zusätzlichen Infos angeschaut oder ähnliches. Das heißt, jetzt versuchen wir es nochmal. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was man sonst normalerweise... Wir haben jetzt auch fünf Nahrung, einen Sauerstoff. Okay, wir müssen erstmal wieder Sauerstoff ziehen. Das Kobold. Eisen. Sauerstoff ziehen. Voll. Eisen. Magnesium. Titan. Silizium. Sauerstoff ziehen. Wir werden jetzt wieder die Sauerstoffflasche Safety First mitnehmen. Und jetzt lauft man nach da hinten, um das Zeug darüber abzunehmen. Wir brauchen dort auch zum Glück nur eins. Und zurück. Das sollte man diesmal auch hinkriegen, ohne eine Sauerstoffflasche zu verbrauchen. Dann brauchen wir Eisen, glaube ich, das ist einfach mal von allem ein bisschen. Und bauen uns erstmal die Sauerstoffflasche. Ein Eisen bräuchten wir noch für den Rucksack. Da glänzt es auch schon fleißig. Achso, das kann man ja auch anlegen, ne? Guckt mal diesen Start hier an. Meine Güte, ey. Da geht mir ja schon fast einer ab. Da geht mir ja schon fast echt einer ab. So, das heißt. Einen Rucksack herstellen. Hier brauchen wir nochmal Silizium, Magnesium, Magnesium. Magnesium. Eisen. Eigentlich brauchen wir Silizium, Silizium, ey. Bidee. Ein Silizium wäre nice, das ist auch Eisen. Da oben ist, glaube ich, Silizium. Bin nochmal nach. Ne, da ist schon so das Eisen. Da ist die Tata. Ach, ich bin voll. Da oben ist auch Eis. Ah, Silizium. Das könnte da hinten Silizium. Ne, das ist Eisen. Ich werde jetzt einfach überall das Silizium. Siehste. Perfekt. Das ist Eisen. Da ist nochmal Silizium. So, und der Punkt ist, wir müssen halt besonders am Anfang, soweit ich gelesen habe, Nahrung aus Kisten fliegen. Das heißt, wir sollten dann so viel wie möglich Kisten suchen und da uns das Essen sehr gut einteilen. So. Nehmen wir das raus. Das packen wir rein. Das nehmen wir raus. Und wir können ein Upgrade bauen. Und das wieder auf. Jetzt können wir Sachen bauen. Und der Punkt ist, das können wir bauen. Silizium haben wir. Haben wir Titan zweimal? Nein, Titan können wir auf dem Weg aber holen. Weil dann können wir einfach hier praktisch Eisen, drei Stück, habe ich doch, oder? Ja. Dann werden wir jetzt loslaufen. Wasser habe ich mit. Sauerstoff habe ich mit. Und bauen hinten wieder unseren Start auf. Jetzt brauchen wir ein Silizium, um hier... ...ein Silizium. So, um hier einmal diesen Pot zu bauen. Dann ein Magnesium. Diesen Pot zu bauen. Haben wir überhaupt schon was? Nein, dafür haben wir, glaube ich, nichts. Ähm. Bewässerung niedrig. Das ist gar kein Thema. Das ab, das ab, das ab, das ab. Silizium. Wir hatten, glaube ich, hier in der Kiste noch Eisen. Was ist Silizium? Lithium, Titan. Magnesium. Hobart. Okay, Sauerstoff ist wichtig. Ich bin aber auch noch nicht dahinter gestiegen, wann wir was kriegen. So, und die andere Sache ist, wenn wir das hier jetzt so da dran bauen, ist das dann offen? Ja. Geil. Dann kriegen wir da auch ein bisschen mehr Platz. Jetzt brauchen wir Strom. Dafür brauchen wir Eisen. Einmal Sauerstoff, einmal Wasser trinken. Was ist das? Das ist das. Eisen. Eisen, Sauerstoff. Oder besser, Eis ist das. Dann haben wir jetzt schon mal zwei Stromquellen. Da ist nochmal Eisen. Das ist jetzt, ich bin gleich da. So, das heißt Stromquelle Nummer eins. Wir brauchen es jetzt einfach wieder hier so schön. Stromquellen. Stromquellen Nummer zwei. Stromquellen Nummer drei. Sollte man mit dem Terraform eigentlich schon beginnen. Tank ist drinnen. Wir können ein Wasser herstellen. Da haben wir jetzt halt leider noch nichts drin irgendwie. Deswegen gucken wir mal drüben. Die Kiste ist leer. Die Kiste ist leer. Und dann haben wir jetzt noch mal drüben. Und dann haben wir noch eine Nahrung hiervon noch mit. Und tragen die da auch mal rüber. Vielleicht wäre es sogar schlau, das alles ein bisschen aufzuteilen. Dass man halt nicht alles an einem Ort hat. Und dann, aber wir werden ja eh wahrscheinlich alles so ein bisschen immer mitschleppen. Okay, Inventar ist voll. So, wir haben. Das Ding kann jetzt auch schon mal. Wir haben jetzt mal ein Egeridium. Für viele. Okay. So. Okay. So. 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 Also wir dürfen halt eigentlich keine Zeit verschwenden. Eisen. Das essen wir mal. Das nehmen wir mal ein. Okay, ich muss gleich am besten mal meine Taschen leer machen. Dass wir halt hier schön farmen können. Das braucht ein Titan, das einmal Sauerstoff. Das kann raus, das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Also zwei Wasser sollten. Das kann raus. Dann bauen wir uns gleich eine Sauerstoffflasche. Das kann raus. Das kann raus. Sauerstofftanken. Sauerstoffflasche. Ich hoffe, dass wir unten alles dafür finden. Dann können wir hier einfach noch einen Ausgang hin machen. Und hier unten noch eine Basis bauen können. Also hier war eigentlich alles so schön reich an allem irgendwie. da hinten war eine Kiste. Wir brauchen jetzt Eisen. Eisen und Titan glaube ich. Silizium. Da ist die Tarn. Da ist die Tarn. Da brauchen wir noch Silizium. Das ist Eis. Das ist Eisen. Das ist auch Eisen. Komm, ein Silizium. Leute. Silizium. Für die Tür. Wir brauchen hier Sauerstoff. Jetzt können wir einmal in die Kiste gucken. Oh Gott. Ich muss das nicht gestorben. Ah, Plan. Silizium. Silizium. Weil das ist eigentlich schon nicht schlecht, was wir hier wieder haben. Ich glaube das eine wird wieder so laut irgendwas Schuhe sein. Es hat mich glaube ich sogar noch ein bisschen mehr über Nahrung gefreut. Aber sei es jetzt drum Das legen wir mal ab Das legen wir mal ab Das Und das Und jetzt latschen wir mal kurz hoch Nehmen dabei am besten So viel Eisen wie möglich mit Nicht Magnesium Eisen Silizium Ne Magnesium Aluminium Wir brauchen halt am besten Nochmal so ein Entrance Nach hier Dass wenn wir von hier kommen Wenn wir nicht einmal drum herum laufen Müssen wegen Sauerstoff Aber Das Das Wir haben halt wieder kein Titanen Da sei es halt rum So jetzt haben wir einiges an Energie hier rein gesteckt So Jetzt Komm mal Komm mal Komm mal Komm mal Komm mal Jetzt Weil wie gesagt Jetzt haben wir oben schon mal ein bisschen Energie Jetzt können wir rein theoretisch Unten so ein bisschen Also ich weiß halt noch nicht Ich habe halt gehört Dass sich hier auf jeden Fall Die Sachen alle so verändern sollen Deswegen bin ich sehr gespannt Und wir müssen zur Base 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 Sauerstoff Sauerstoff Sollten wir auch so hinkriegen Sollten wir auch so hinkriegen Da werde ich keine Flasche drauf verbrauchen So Wir können jetzt hier Eins davon Einen Monitor dahin Ähm Wir brauchen eine Kiste auf jeden Fall Dafür brauchen wir Eisen Titan Eisen Lithium Mesium Da ist noch eine Kiste Nahrung Nee Nee Der möchte mit mir doch Flaxen Hier Keine Nahrung Wir machen Nei Hüizo Musik Das ist새 Ich mache un Afin An усл pal satisfying